So Leute, heute stelle ich euch mal den Neck Developer von Everlast vor. Stärkt den Nacken. Es gibt verschiedene und viele Bereiche im Körper, die man beim Boxen trainiert. Angefangen von den Beinen, Bauch, Rücken, Arme. Den Nacken vernachlässigen viele. So, ihr solltet euch mal vielleicht nach dem Training zwei Minuten, vielleicht auch fünf Minuten Zeit nehmen, um euren Nacken zu trainieren. So, ich zeige euch mal wie das geht. Erstmal packe ich den hier mal kurz aus, damit ihr überhaupt wisst, wie der aussieht. So, ich schmeiß den hier mal kurz rüber. So, ist gar nicht mal schwer, dauert nur ein paar Sekunden. So, erstmal zeige ich euch mal die Gewichte. Das sind so die Standardgewichte, mit denen ich trainiere, 25 Kilo. Naja mal so, ich habe heute schon mal eine Session gemacht, deshalb zeige ich euch mal hier, womit ihr anfangen solltet. Das sind drei, sieben, fünf Kilo. Am besten die Anfänger, die gerade neu sind, lieber mit zwei Kilo, vielleicht etwas weniger. Und langsam, langsam steigert sich das hier. So, das geht ganz einfach. Hier rüber und hier einmal reinhacken. Das ist ganz einfach. So, das könnt ihr im Sitzen machen, auf dem Stuhl oder am besten, das ist auf dem Ring. Da legt man sich so hin. Zack. So, lässt man den Kopf hängen. Vielleicht noch eine zweite Person, wenn jemand da ist, damit der das Gewicht ein bisschen stabil hält. Aber wenn ihr alleine seid, ist das auch kein Problem. So, halten, rupust liegen und dann geht's los. So, fangen wir an. Eins, zwei, drei, vier. So, Arme entweder unten, damit ihr jederzeit drauf greifen könnt, um mich stabil zu halten. Oder aber hier, falls ihr schon dran gewöhnt seid. So, wie ihr seht, ist das ganz einfach. So, das kann man so machen. Vorwärts oder auch von hinten. Wie soll man das machen? So, jetzt mal ein bisschen rausnehmen hier. Andersrum rauf tun. So, das war eher für die Hinterseite des Nackens. Nicht nur die Hinterseite wird trainiert, sondern auch die Vorderseite muss trainiert werden. Deshalb packen wir das Rücken jetzt rein. Geht man so runter. Lieber am besten hier ein bisschen festhalten. So, dann geht's los. Probe fliegen und eins, zwei, drei, vier, fünf. So, viele Durchgänge, einige Sätze. Wie ihr seht, ist das nicht schwer, ganz einfach zu bedienen. Von Everlast, Top Marke, kann ich nur empfehlen. Auf jeden Fall. Wie ihr seht, ist das nicht schwer. Wie ihr seht, ist es nicht schwer. Untertitelung des ZDF, 2020